Steuerfreier Entlastungsbonus bis 1500 Euro für Millionen Rentner und Arbeitnehmer geplant. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Bundeskanzler Scholz plant einen steuerfreien Entlastungsbonus bis zu 1500 Euro für alle Arbeitnehmer und Millionen Rentenempfänger in Deutschland. Als Vorbild soll der steuerfreie, krisenbedingte Corona-Bonus für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Corona-Krise gelten. Der Extra-Bonus soll für die Arbeitnehmer durch die Arbeitgeber ausgezahlt werden. Dagegen sollen die Arbeitnehmer auf höhere Löhne im Jahr 2022 verzichten. Diese Idee von Herrn Scholz birgt aber Sprengkraft, weil die großen Gewerkschaften in Deutschland auf keinen Fall auf hohe Lohnabschlüsse verzichten wollen. Weil diese auch als Ausgleich für die extrem gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise gelten sollen. Das kann ich völlig nachvollziehen. Herr Scholz hingegen möchte aber einen zu starken Lohnanstieg im Jahr 2022 unbedingt verhindern, damit die Konjunktur nicht wegen der sogenannten Lohnpreisspirale abgewirkt wird. Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renteneinkommen sollen auch von diesem Extra-Bonus bis 1500 Euro profitieren. Wir reden hier ungefähr von 4 bis 4,5 Millionen Rentenempfänger, die sehr kleine Renten haben, zum Teil mit Grundsicherung und anderen sozialen Leistungen kombiniert. Wie genau aber die Entlastung für Rentenbezieher kleiner Einkommen erfolgen soll, ist noch völlig unklar. Am 4. Juli 2022 gibt es eine sogenannte konzertierte Aktion im Bundeskanzleramt zu diesem Thema, zu dieser Idee von Bundeskanzler Scholz. Gewerkschaften, Arbeitgeber und auch der Finanzminister Lindner sind geladen. Schon jetzt gibt es massiven Widerstand gegen die Pläne von Bundeskanzler Scholz. Die Gewerkschaften wollen nicht auf die Lohnabschlüsse verzichten. Sie sagen sogar, Herr Scholz, rede du uns nicht in unsere Tarifautonomie, Tarifhoheit herein. Das ist unsere Sache. Und der Finanzminister gibt zu bedenken, dass für das Jahr 2022 im Bundeshaushalt einfach keine Mittel mehr da sind. Warten wir ab, was am 4. Juli 2022 im Bundeskanzleramt entschieden wird. Was bei dem Spitzengespräch da wirklich rauskommt. Millionen Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Einkommen brauchen dringend eine Entlastung wegen den extrem gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank.